Ja, da sind wir auch wieder, Fallout 76, wir machen uns gleich auf den Weg, was machen wir jetzt eigentlich, äh, brate ein Rib-Ei-Steak, haben wir auch hier gleich das Fleisch, das passt doch alle, perfekt, wenn wir mal schnell an die Kochstation gehen und ein Rib-Ei-Steak braten, so, schöner Helm, wunderschön, so, wir brauchen ein Rib-Ei-Steak, anfertigen, haben wir, abgeschlossen, melde dich beim Selbstbedienungskiosk, okay, wieder ab in die Kneipe, hier ist schon wieder einer, Alter, sein Hut ist heftig, hallo, ha, 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 naja, gut, Training abschließen, so, was nu, nehmen wir mal die Datenbank mit den Respondern Kontakt auf, gut, können wir gleich mal machen, zack, Anmeldung, freiwilliger, Notfall, zack, fertig, erst abbeschlossen, und das ging diesmal ganz schnell, mal gucken, was als nächstes passiert, eine letzte Abreise, Stufe 5, alles mit dabei, werden wir auch gleich mal eine Karte zücken, machen wir am besten gleich mal, oh, du hast Stufe 5 erreicht, Kampf gegen andere Spieler ist aktiviert, arbeitet zusammen, jeglicher Schaden wird ignoriert, als Team zusammenarbeiten, tauschen oder angreifen, Schaden wird verringert bei der, was, bis beide Partien angreifen, Gegner, Darwin hatte Recht, keine Schadenreduktion, ok, ok, verstehe, also jetzt kann es losgehen mit PvP, aber soll uns jetzt erstmal nicht interessieren, ähm, was nehmen wir jetzt am besten? Äh, ich hab den Gladiator doch schon längst verbessert, ja, wir wollen auf 3 machen, haben wir, na ok, hab jetzt nicht ganz verstanden, zack, rein mit dir, Gladiator, so, untersuche den Flughafen Morgantown, machen wir, wo müssen wir da hin? Wir müssen, wo ist der Flughafen, hier hinten ist er, ganz schön Stücke, wenn wir erstmal kurz in den Vault reisen, das glaube ich ist ein bisschen kürzer von da, gut, dann werden wir uns mal auf den Weg machen, und zwar, Flughafen, wo bist du? Nochmal kurz mal einen Blick riskieren, da lang, alles klar, ab geht da, dass ich auch immer das Pech habe, dass es dunkel ist, ein Huhn, Alter, wo? Schöne, äh, nicht getroffen, was ist denn hier los? Schöne Hühnchen in Chicken-Teile hier. So, auf dem Weg zum Flughafen haben wir hier noch einen Schrottplatz entdeckt, möchte ich auf jeden Fall mit euch mal hier abgrasen, mal gucken, was hier so schönes gibt. Also hier ist auf jeden Fall, wenn ihr vom Vault kommt, ihr müsst ja sowieso hier zum Flughafen, und direkt auf dem Weg hier ist der Schrottplatz, und da wollen wir am besten mal schauen, was hier alles ist. Vielleicht haben wir ja Glück und es wird schön dabei. Auf jeden Fall schön Schrott, den können wir dann verwerten, alles mitnehmen, alles mitnehmen. Oh, was ist denn da los? Wir werden auf jeden Fall erstmal unsere Gegenstände verwerten, weil wir haben ja wieder ordentlich was dabei. Genau. Oh, wer ist er denn? Ist das hier seine Bude, Alter? Ich glaube nicht, sonst könnte ich ja hier nicht die ganzen Sachen hier mitnehmen. Ich glaube, war seine Bude hier. Jut, was gibt's hier noch? Guck mal hier, ist das eine Kiste oder was? Meine, achso, da kann jeder drauf zugreifen. Ich packe mir am besten ein bisschen was weg. Äh, weil ich habe nämlich keinen Bock, dass ich hier so viel mit mir rumschleppe. Da müsste das erstmal reichen. Ich will nochmal den Kollegen nochmal Hi sagen. So, was gibt's hier noch? Schönet. Ah, jetzt haben wir schon wieder kein Schlossknacken aktiviert. Okay. 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 Das will ich hier gleich mal verwerten Das ist glaube ich Viel zu schwer Mal ganz schnell mal hier zu der Hütte Eher so So, er hat die beansprucht Ist das hier seine Bude? Ich bin hier noch nicht ganz durch Gut Dann, er hat anscheinend zu Ende geschlafen Wollen wir mal jetzt gucken Weil wir wollen nämlich zum Flughafen Dass wir uns jetzt langsam auf den Weg machen So, haben wir es auch gleich geschafft jetzt hier Vielleicht müsste er schon sein Aber ich sehe hier gerade Licht Deswegen möchte ich hier nochmal gucken Was hier drin ist Klebeband immer wichtig Schrauben kann man auch gebrauchen Das ist natürlich cool Den Wanderer Federrüstung, schön Mal definitiv gleich mal ansetzen Da kann man nämlich noch nichts Wenn wir uns erstmal jetzt dem Wanderer hier gönnen Er hat da nicht eine Flinte Alter Wo ist der? Erstmal eine Flinte am Start Pumpgun Ja, kann man ja mal machen So Morgantown Betriebshof Ja, den werden wir auch nochmal abgrasen Wir sind ja hier schon gleich auf dem Flughafen Aber Müssen wir einfach mal mitnehmen Hier kann immer irgendwas sein Zum Beispiel er hier Schon wieder daneben Ich bin so ein Blindfisch Und schon wieder Hier sind auf jeden Fall ein paar Leute Müssen wir vorsichtig sein Na, wo ist er? Hier sind auf jeden Fall mehr, Alter Hier So Oh, da gehört den hier Keine Munition mehr Ganz großes Kino Hey, was brauche ich denn hier? Und daneben Ein bisschen Munition wäre nicht schlecht Ach komm, wir hauen sie jetzt alle mit der Sichel hier kaputt Noch einer Alle mit Knarre hier, Alter Und noch einer Von wo? Oh, scheiße Da hat er einen Zementsack mitgenommen Der wiegt bestimmt richtig viel Hier Hier Hey, gut. Ist das hier nur so ein Bug, oder warum bewegen die sich da manchmal nicht? Hier ist auf jeden Fall noch Wurmwart. Hört sich noch zwei Leute an. Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen. Wackelpuppe, Sprengstoff. So, machen wir mal ein Stück weiter. Auf jeden Fall muss hier noch irgendwas sein, weil die werden uns hier nicht umsonst beschützen. Auf jeden Fall schöne Ressourcen. Soßen. Automatikpistole. Also es lohnt sich auf jeden Fall hier mal einen Abstecher zu machen, Freunde. Ich wollte mich jetzt eigentlich nicht hinsetzen. Geh auf! Hier mal schnell gucken. Können wir gleich die ganze Scheiße verwerten noch. Gut, das war hier aber anscheinend gewesen jetzt mit Gule. Verwanderer. Auf jeden Fall hier ist alles Werkbank. Also hier könnt ihr auf jeden Fall mal Abstecher hin machen zum Bahnhof. Bevor ihr zum Flughafen geht. Geht's? Ja. Da war doch hier schon wieder jemanden. Ja. 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 Ich werde jetzt noch ein Allez. Ich werde jetzt noch nicht großartig sein. Na gut, ich möchte meinen, wir haben ja alles Außer ihn hier Ich möchte meinen, wir haben ja alles, was man so Kriegen kann, das Gröbste, haben wir mitgenommen So, auf jeden Fall Lohnt sich auf jeden Fall hier einen Abstecher zu machen, wenn ihr zum Flughafen geht Wo wir auf jeden Fall in der nächsten Folge hingehen werden Die ist ja hier gleich schon in der Ecke, also Wenn der Bahnhof hier schon Denke ich mal, wird es auf dem Flughafen ganz schön abgehen Werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge sehen Ich danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao Bis zum nächsten Mal, ciao Bis zum nächsten Mal, ciao